Hallo, ich bin Janina und ich möchte dir etwas erzählen. Ich habe heute früh eine ganz schöne Stelle der Zeit mit Jesus gehabt. Da habe ich gesagt, das ist deine Nase, das ist dein Mund, das sind deine Augen, und das sind deine Beine, das sind deine Füße, das sind deine Knie, das sind deine Hände, das sind deine Augen. Und dann habe ich die Arme zum Himmel ausgestreckt und habe zum Herr Jesus geredet. Und da wurde mein Herz ganz fröhlich. Und dann habe ich in meinem Buch gemalt, was ich heute machen möchte. Ich habe gemalt, dass ich Mama in der Küche helfe und ihr beim Möhreschälen helfe. Und dann habe ich die Sonne gemalt, weil ich die Sonne in meinem Herzen haben möchte. Und eine Wolke, die ich aber nicht in meinem Herzen haben will. Nur Jesus soll da drin sein. Hat mich so froh gemacht, dass ich allen davon erzählen musste. Und ich konnte den ganzen Tag lieb zu meinen Gespistern sein. Und ich konnte der Mama helfen, ohne dass sie etwas sagen musste. Ich wünsche dir, dass auch du Jesus in dein Herz lässt. Weil dann ist alles richtig schön und es macht allen Freude. Tschüss, eure Janina.